Er sieht uns nicht mehr klar, er meint, dass Schabes in der Tat fuhren keine Lade, fuhren nach hin, fuhren nachher, nicht wuss in der Tat Schabeskeudig, ganz eine andere Welt. Er ist nicht mehr so, dass Schabeskeudig, ganz eine andere Welt, nicht nur noch, aber nicht nur für Schabeskeudig, nicht nur für Schabeskeudig, nicht nur für Schabeskeudig, sondern auch für Schabeskeudig. Und dann sagen wir mal, wenn wir ein Masber gewinnen, dann stellen wir das Bild wie zu sehen, tut es. Ein Mensch ist ein glückliches Mensch. Wir haben uns in der Heiligen Gehäuse, in der Mitzvah, ein glückliches Mensch. Wir haben uns nicht wirklich das Leben gut. Wir haben das Geld, 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 das Geld. Wir haben alles von Efe und Efe. Das heißt, dass wir ihnen sagen, Tami, Eriki, Teufel, Schem, versichst der Tafel der Heiligen Schabbes bei ihnen. Den vier Tufel Schabbes. Nur mit dem Wissigen Teufel Schem, der Heilige Schem schreit, Matune Teube, die Tatsch Matune Teube.